Sie sind tot. Wir haben Sie getötet. Meinen Doppelgänger. Dachten Sie, Ihr Plan wäre geein? Wir wissen alles. Machen Sie mit ihm, was Sie wollen. Betrachten Sie ihn als Geschenk unserer neuen Beziehung. Aber sorgen Sie dafür, dass er leidet. Das wird er. Mehr als in seiner dunkelsten Vorstellung. Ich habe Pläne für dich, Amerikaner. Oh ja. Dragovic tat es sicher. Es war eine Falle. Sie wussten, dass wir kamen. Dieser Schwein Dragovic. Ja. Er hat hinter allem gestellt. Wohin braucht er Dragovic? Eine Arbeitsflage. Eine Hölle namens Vorkuta. Oh Gott. Was wollen Sie mit ihm in der Nacht wissen? Er war es nicht. Wieso hat Kastro Sie nicht einfach getötet? So hat er Dragovic aufgeliefert. Kastro und Dragovic sind zusammengearbeitet. Sie waren in der Nacht. Wer hat das Dragovic mitgebracht? Vorkuta. Ich muss den Kürfen. Sie müssen überleben. Was ist denn Vorkuta passiert, Mason? Ich war allein. Das ist ein Jahr lang. Was haben Sie denn angebracht? Was heißt hier Freund? Das ist ein Jahr lang. Der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Das hieß Schritt eins. Die Schürtelbücher. Jetzt nehmen wir Vorkuta. Das ist Schritt zwei. Ich habe ein Messer. Und ich bin tot. Ausstieg aus der Dunkelheit. Drei. Feuer, Regen. Vier. Was ist die Horde los? Fünf. Die Flugbestie abstatten. Sechs. Die Eisenpflücher schwingen. Sieben. Die Horde auf Erden. Genau. Was für ein Dickerchen. Ich habe es nicht mitgekriegt. Ich war zu weit weg. Das ist also ein Serbien. Du hast es nicht sehr groß. Aufstehen aus dem Himmel. Nein. Resnov, können Sie dem Amerikaner trauen? Auf jeden Fall. Er und wir, wir sind uns ähnlich. Wir sind alle Soldaten ohne eine Armee. Betrogen. Vergessen. Verlassen. In Volkuta sind wir alle Brüder. Genau. Mein Bruder. Und das ist Sergej. Ein großer, krimmiger Mann. Nein. Nein, immerhin habe ich jetzt endlich mal eine Knarre. Wissen auf, das ist für alle Männer Blanka selbstmacht. Man kann den Sieg nicht ohne Opfer erreichen, Mason. Wir Russen wissen das besser als alle anderen. Macht euch bereit, Männer. Mason, hier rüber. Der Turm reißt um die Stücke hier. Hab Vertrauen, Genosse. Oh, erstmal schön. Rechts und Flanke. Linke Flanke. Linke Flanke. Kopfschuss. Rechts und Flanke. Ich bin noch bei der Linken. Getroffen. Ja, ja meine Freunde. Linke Flanke. Betroffen. Schritt 3! Feuerrecht! Mit Masons Einfallsreichtum wird Schraub zu Waffen! Los! Nie den Glauben verlieren, Freunde! Genau. Nie! Monatelange Planung, Mason! Ihr machen keine Pause! Wir werden nicht wanken! Wir werden frei sein! Oder sterben! Na, warten wir mal ab, was von beiden wirklich eintritt. Hier lang! Er ist ein Fanatiker, so ein bisschen. Okay, die hauen ab über die Mauer. Vergehe! Den Waffenschrank aufbrechen! Mason! Auf den Turm! Und unterstützen Sie den Aufstand im Süden! Ah, ist ja gut. Nein! Okay, hier sind sonst schon an sich alle kaputt. Leider bereit machen! Messen! Los geht's! Und... Es wird sein sichtige Gilder von Leutern zu erheben! Und... Und... Huiii! Treffer! Hier ist noch der letzte Turm und... Okay, ich muss ein bisschen berücksichtigen. Okay, nochmal das Ganze. Und... jawoll. Holen Sie sich eine Schrotflinte. Hier lang! Bewaffnet euch, Genossen! Bald wird Verstärkung am Hauptwaffenlager einwerfen. Genau wie geplant. Wie erreichen wir Schriften? Masons Waffe ist bald bereit. Wessen Waffe? Eine Waffe? Vorwärts, Männer! Brennen wir dieses Höllenloch nieder! Hurra! Hurra! Ja! Verschut keinen! Ne, die verschonen uns ja auch nicht. Ist die Aufmerksamkeit! Was ist mit Raketenwerfer? Der Feli ist hier! Gut! Wieso ist das gut? Weil wir das so wollen! Schritt 5! Die Flugwesten hier abstechen! Schnell messen! Ich habe eine Schrotflinte! Egal, 9 Millimeter! Ich wurde durch ein Explodierendes Fahrzeug getötet. Na toll! Wo fange ich wieder an? Der Feli ist hier! Du! Wieso ist das gut? Weil wir ihnen das so wollen! Schritt 5! Die Flugwesten hier abstechen! Schnell messen! Ne, ne, da fliegt nur... Granaten fliegen wir ein bisschen zu tief. Also von Autos halte ich mich fern. Also von Autos halte ich mich fern. Außerdem lässt ich mir da 9 Millimeter besser ziehen. Du hast ihn! Du hast ihn! Ja, komm mir zu mir! Ach so, ist das Gretz noch. So. Aber man hat das auch schon mal geschafft, ja. Okay, wir weg. Nach oben an die Harcone! Hoffentlich klappt das. Männchen! Nehmen Sie die Harcone! Der Moment ist wichtig! Kuhl! Uah! Ja, jetzt ist der Heli abgestürzt. Doch, Blackrock down. Ha, 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 ha! Ihr wisst, was zu tun ist! Hä? Ne, nicht wirklich. Kannst mir noch mal einer erklären? Oh, meinst du, das? Ja. Schlagieren! Schlagieren! Nur ist keine Angst! Die Treppe hoch! Los, los! Keine Gefangenen! Ihr habt ihn gehört, Genosse! Los! Leider nach! Halt den Rücken! Mon Dieu! Kann man ein WT auf einen geschossen? Oh, nein, 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 nein! Na also! Wo hast du denn? Nie, ja, ja! Sie wollen das Waffennagel abriegeln! Wird nichts abgeriegelt. Sie wollen die Tür verriegeln! Ach, Sergej! Nein! Nathan, dann kommen noch mehr Waffen! Die Tür rauf! Hab's probiert, bin draufgegangen. Ja, entweder Tür auf oder Feind besiegen. Eins vorbei. Nicht mal das Gleiche. Geht nicht. Ach, jetzt fang ich unten schon wieder an. Stopp sie! Weiterfeuern! Ken! Sie wollen die Tür verriegeln! Wo seid ihr? Wo seid ihr? Sergej! Nein, ich bin Auf die Tür!